Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute gucken wir uns ganz kurz an, wie wir Docker Machine auf Linux installieren können. Für die Leute, die macOS oder Windows benutzen, ihr habt es bereits. Ihr müsst nichts installieren. Herzlichen Glückwunsch. Für die Leute, die Linux haben, ja, ihr müsst Docker Machine separat installieren. Ihr braucht das aber nur zum Nachvollziehen dieses Tutorials. Ihr braucht es nicht zwangsläufig dann später, um mit Swarms zu agieren. Je nachdem, was ihr natürlich machen wollt. Wir werden mit Docker Machine neue, also neue tatsächliche virtuelle Maschinen erzeugen. Quasi wie bei VirtualBox, weil wir hier einfach nur, wir können nicht mit einer Maschine sozusagen mehrere Systeme emulieren. Das heißt, wir müssen, damit wir einen Cluster erstellen können, damit ich euch das alles zeigen kann, müssen wir ja mehrere Systeme haben. Ich kann aber nur auf einem System aufnehmen. Deswegen muss ich euch natürlich alles auf einem System zeigen. Deswegen kann man mit Docker Machine sich virtuelle Maschinen erstellen, die dann auch schon Docker haben und mit denen ich dann eben dem Swarm joinen kann und mit denen ich dann alles machen kann. Okay, das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Wir wollen einfach nur ganz kurz Docker Machine installieren in diesem Video, das wir für die nächsten Videos brauchen. Ihr werdet sehen, wo wir es brauchen und falls ihr es dann noch braucht, dann könnt ihr es immer noch nachinstallieren. Also zunächst einmal für die Leute, die Arch Linux haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es auch sehr, sehr einfach. Ihr könnt einfach eingeben, sudo pacman-s docker-machine. Fertig. Und ja, ist bei mir natürlich schon dabei. Ist bei mir auch schon installiert. Wie gesagt, ich habe ein Arch Linux. Für alle anderen gilt folgendes. Wir brauchen zunächst einmal natürlich das Paket von GitHub. https.doppelpunkt-slash-slash-github.com-slash-docker-slash-machine-ohne-Komma-slash-releases. Da findet ihr die Releases von allem, was mit Machine zu tun hat. Slash-download. Und dort am besten mal die neueste Version nehmen. Aktuell gerade v0.16.0. Gut. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier das Ganze, erstmal Enter drücken, dann könnt ihr das Ganze curlen. Das heißt, ihr könnt das runterladen. Curl solltet ihr installiert haben nach der Anleitung von dem ersten Linux-Video. Sprich, da sollte kein Problem mehr sein. Wenn ihr hier Probleme habt, dann schaut ihr bitte danach. Und zwar laden wir dann einfach diese Base-URL runter. Also das Ding hier. Und zwar müssen wir jetzt noch quasi unsere Version spezifizieren. Das heißt, wir sagen hier Docker-Machine-minus. So. Und jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, was ihr für ein System habt. Das finden wir raus mit uname-m. Äh, uname ohne... Äh, mit... Verdammt nochmal. Sorry, jetzt uname-m mit einem Dollar vorne dran und Klammern außenrum. Und mit einem S statt einem M. Ähm, das gibt euch... Ich kann es eigentlich mal ganz kurz zeigen. Ähm, uname-s gibt in meinem Fall Linux raus. Das wäre dann bei Mac zum Beispiel was anderes. Äh, bei Debian... Weiß ich gar nicht genau. Sollte eigentlich dasselbe sein. Also Linux im Endeffekt. Und anschließend brauchen wir noch uname-m. Das ist dann x86.64. Das heißt 64-Bit. Damit bekommt ihr sozusagen die richtige Variante raus von eurem Docker-Download. Oder von eurem Docker-Machine-Download. Ähm, sprich die Version 0.16 von GitHub mit Docker-Machine. Also das ist quasi der Name von dem Ding. Für Linux. Für... Dollar... Uname... Uname... Minus M. Also für x86, x64... Äh, 64-Bit. Ähm, und zwar wollen wir das runterladen. Naja, wohin? Erstmal in einen temporären Ordner. Das heißt wir sagen temp slash Docker minus Machine. So, da können wir das runterladen. Wunderbar. Dauert ein kleines bisschen. So, und wenn das fertig ist, dann einfach mit sudo install slash temp. Also quasi diese Datei, die ihr da quasi gerade habt. Docker-Machine. Einfach mal installieren. Naja, wo wollt ihr es hinhaben? In User, Local, Binary, Docker minus Machine. Im besten Falle. Einfach da rein installieren. Das macht dann alles für euch. Das wäre dann die Variante, die ihr für Ubuntu und Debian verwenden solltet. Wundervoll. Und ja, dann solltet ihr Docker-Machine haben. Ich werde das jetzt natürlich hier nicht ausführen. Also ihr solltet nicht STRG und C drücken, dass es abbrechen. Sondern ihr solltet Enter drücken, dass es ausführen. Und dann euer Passwort eingeben. Aber in meinem Fall, ich habe ja wie gesagt ein Arch, ich habe es schon installiert. Und dann könnt ihr die Installation wunderbar überprüfen, indem ihr einfach quasi kurz die Version ausgeben lasst. Das heißt, Docker minus Machine Version. So, und in meinem Fall 0.16.1 sogar. Ups, sorry. Das heißt 0.16.0. Das ist die alte Variante. Es gibt mittlerweile 0.16.1. Ist aber völlig egal. Also, ja. Könnt einfach die Variante nehmen, die ihr haben wollt. Und das ist es eigentlich auch schon. Dann habt ihr es installiert. Dann könnt ihr damit umgehen. Und wie wir das machen, das zeige ich euch in den nächsten paar Videos. Bis dann. Ciao.